Ja Leute, heute habe ich hier was ganz besonderes, denn ja, zunächst habe ich gar kein Deck besessen, dann habe ich mir ein Deck geholt und dann habe ich mir Jubel geholt und jetzt habe ich wieder etwas getan und zwar, ich habe mir ein Deck geholt, was verboten ist, doch warum sollte man sich das holen? Na ja, gehen wir mal hier rein und ja, die Playmate, die verrät schon einiges, ja, ist natürlich der gute schwarze Rosendrachten, aber Leute, ich habe mir ein Oldschool Deck gekauft, denn ja Leute, es gibt ja alternative Formate, die Time Wizard Formate und da kann man eben Deck spielen, die halt nicht mehr sich verändern, bedeutet also, wenn ihr das Deck holt, das ist fertig, also da kommen wir keinen neuen Garten, weil das Format aus der Vergangenheit ja feststeht und dementsprechend gehen wir hier rein und hier habe ich eben ein komplettes Deck jetzt mir geholt, eben für ein der zwei bekanntesten Time Wizard Formate, und zwar für Addison, ja, und wir gucken uns das ganz mal an und zunächst einmal würde man denken, okay, hier, das ist ja klar, gehen wir hier rein, ja, also ist ja klar, Maurice spielt da ganz klar Blackwing, äh, nein, das ist Vayu Turbo und Vayu Turbo ist quasi Dark Turbo, man spielt die besten Dark Karten, die es gibt, kombiniert eben das mit den besten Karten im Format und ja, das ergibt dann am Ende halt eben hier dieses Deck, so, zusätzlich haben wir dann noch dreimal hier eben unser Schwarzbügel, wir brauchen ein paar Namen, weil wir wollen natürlich die beiden im Friedhof haben, auch gute Normals haben natürlich, 2000 oder Beatstick, die hier ist ein bisschen wack in der Hand, aber später kombinierbar sehen wir gleich noch, dann haben wir hier noch den Gale, Gale ist eine Karte, die man theoretisch nicht spielen muss in diesem Deck, aber ich finde einfach, der Effekt ist ziemlich gut, outet quasi alles starke, was kommen kann, ja, okay, ein Dark-Arm-Dragon kann er nicht outen, aber dann stehen schon gerade keine outen, von daher ziemlich mächtig und da fällt vor Schreck alles weg, weil man denkt, ja, hier kann man alles mit outen, so, weiter geht's auf jeden Fall, das ist hier das Blackwing Package, außerdem natürlich, ne, brauche ich drüber reden, das hier ist natürlich auch cool, wenn man das beides in der Starthand hat, weiter geht's, dann mit den Monstern und das ist etwas, was jetzt sehr Standard ist für dieses Format und zwar Raiko. Raiko, Raiko ist so ein unglaublich mächtiges Monster, dass quasi jedes Deck in Addison diese Karte spielt und da sie so mächtig ist, spielt man nicht nur drei Raikos davon, sondern nein, nein, man spielt auch noch den super flinken Megahamster, den haben vielleicht einige von euch ja in der Ravity Collection 2 gesehen und gefragt, was soll das denn, ähm, ja, das war für dieses Format, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall und manche spielen da sogar zwei von, manche sogar drei, auf drei finde ich auf jeden Fall viel zu viel, ich spiele jetzt nur einen, denn ich habe mich dazu entschieden, noch zusätzlich neben dem den Hamster, Angriff auf die Lichtbrigade zu spielen, muss man nicht, man kann auch zwei Hamster spielen, ähm, ich finde es aber sehr gut, weil man hier eben müllen kann, wir sehen natürlich, ne, also wir wollen zum Beispiel Value in den Friedhof kriegen, aber wir haben auch noch andere Karten, die man gerne in den Friedhof bekommen will, von daher ist das Ganze sehr gut und ich finde bisher sehr zufrieden, ist ja quasi auch ein Raiko mehr dann, so, weiter geht's. Dann haben wir natürlich die Engine dieses Decks, weil ich habe ja gesagt, äh, Value selber haben ist jetzt, äh, natürlich nicht so gut in der Starthand, aber im Armageddon Knights bedeutet also, falls uns eben ein Blackwing in den Friedhof fehlt oder ein Dark allgemein, dann können wir das Ganze hier reinsenden und natürlich sehr stark auch zum Reinsenden ist Finstere Graffer, der Finstere Graffer natürlich, unglaublich mächtig, discardet von der Hand und legt was rein, das heißt, falls wir eben ein dieser beiden den Starthand haben sollten, rufen ihn, können ihn ab, äh, ihn abwerfen oder ihn halt gegen ein Stück reinlegen und schon haben wir das Ganze. Das ist ziemlich gut, ziemlich gut, also muss auf jeden Fall gespielt werden und natürlich dann, äh, weil man die Flexibilität haben will, also hier, man hat halt Armageddon Knight oder Star Graffer, auch eine Verstärkung für die Mee, so brauchen wir nicht drei spielen, sondern hat, ähm, zwei, zwei, soweit, so gut. Relativ simpel hier auch wieder, ähm, ich glaube, soweit erstmal nichts Besonderes, aber es geht weiter natürlich, das geht weiter, denn natürlich brauchen wir jetzt die Dark-Karten. Ebenfalls ein gutes Dark-Karte ist solch ein verbreitender Zombie und generell, ja, Synchro ist ein Ding. Synchro war erlaubt, aber wir spielen in diesem Deck halt kaum Synchros. Wir haben als Tuner nur diese beiden. Der geht nicht mal vom Feld, der geht natürlich vom Feld und kann sich selbst verwerfen, also wir können zweimal synchronisieren mit ihm, mit ihm können wir natürlich auch synchronisieren, aber eben natürlich nur dann eben dementsprechend, äh, wenn er im Friedhof ist. Von daher, solch mal bei einer Zombie, beste Synergie, kann halt auch discounted werden durch den Graffer, von daher sehr, 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 sehr gut und, äh, passt hier natürlich gut, gut, gut rein. So, weiter geht's. Dann haben wir natürlich Jargon Dragon, ja, mein guter noch aus Phantom Darkness, äh, der OG Dutt, sehr, sehr schön. Dann, äh, Todeswache, Todeswache wirkt ein bisschen random hier drin, weil wir denken so, okay, wofür? Aber man kann allein, äh, Amageddon Knight, äh, sendet ihn, um Amageddon Knight überleben zu lassen, so kann man theoretisch dann nächsten Zug in eine Synchrobeschonung gehen oder Tributbeschonung gehen oder Ähnliches, von daher ist das ganz nett. Zusätzlich kann man ihn natürlich millen mit Raiko oder mit Angriff zur Light Brigade, super gutes Target und ist auch ein Dark Target, das er flexibel aus dem Friedhof switchen kann, denn, ja, Dark Underground ist natürlich da. Wir wollen natürlich drei haben und nicht irgendwie irgendwann 20, ne? Ebenfalls zum millen haben wir Kartencoverlist, gute Karte, weil 1,9 Beatstick, schon mal sehr strong. Zusätzlich natürlich, darf man nicht vergessen, dass, äh, wenn er zuerstörer, eine Karte gezwungen werden kann. Ist ja nett, Kartenvorteil ist natürlich in diesem Format noch deutlich besser. Ich hab davon geredet, dass wir mal gerne neue Beschützung und unsere Tributbeschonung. Aber wofür Tributbeschonung wir eigentlich? Naja, da haben wir Kaios, der Schatten, man euch. Unglaublich starker Effekt, auch der Burnschein kann relevant werden, um das Game zu machen. Wenn der Gegend in 1000 und dann die Widrigkeit hat, wählt man sich selbst, sondern verliert der Gegner 1000. Sehr nice, man könnte drei spielen, wir wollen aber nicht bricken. Allgemein, ich hatte in der Vergangenheit hier noch einige Karten anders drin, ich hatte zum Beispiel Chaos Hexer drin oder Ähnliches. Aber natürlich, Chaos Hexer, super gute Karte, vor allem im Late Game. Aber natürlich, Startern ziemlich tot, von daher wollen wir das ein bisschen reduzieren. Machen wir das Ganze hier eben, indem wir das Ganze nicht spielen. Dann aber, was wir spielen, ist hier natürlich Cyberdrache. Und ja, Cyberdrache ist nicht die typische Karte in diesem Deck. Man kann sie aber gut spielen. Erstens ist ein Beatstick mehr, mit Armageddon Neut ein bisschen mehr Pressure zusammen. Und zusätzlich im Extra Deck, sehen wir gleich noch, kann man da sehr gute Faxen machen, wenn man gewisse Matchups hat. Und zusätzlich, natürlich kann man auch Trinutbeschwörung oder für Synchrobeschwörung nutzen. Mit Gale zusammen ist das Stufe 8. Ist ganz nett und ich finde den One-Off eigentlich ganz nice. Ja, man könnte da Flag spotten, aber ja, erstmal hier ist das so. Und dann natürlich die beste Karte im Format überhaupt. Kors! Ja, Kors muss gespielt werden. Kors ist einfach die beste Karte in diesem Format. So, dann kommen wir jetzt zu den Zauernfeind-Karten. Und da haben wir einmal Verlockung der Finsternis. Denn wir spielen einiges an Dark und wollen natürlich auch ziehen. Drawn ist gut, wir sind ja alle. Hiermit können wir auch die Bricks aus der Hand wegbanischen. Theoretisch ist eine super gute Karte. Das passt auch schön. Dann haben wir zusätzlich noch eben hier Begräbnisse an anderen Dimensionen. Man könnte auch Rückkehrs an anderen Dimensionen benutzen. Muss aber die Hälfte der Lebensmittel bezahlen. Und ist, finde ich, nicht ganz so gut. Also zwei ist too much für mich, deswegen habe ich mich für eine entschieden. Und die ist eigentlich ganz solide, weil wir drei reinlegen können. Wir können nur oft ein gebänischtes Monster durch ein Kallus oder ähnliches vom Gegner zum Beispiel nehmen. Wir können natürlich Blackwing-Karten nehmen. Wir können Todeswachen nehmen oder solche Verbräutner-Zombien nehmen. Gibt verschiedene Möglichkeiten und finde ich ganz so gut. Und ist halt noch mehr Druck gemacht. Gerade in Kombination mit den Blackwing-Karten. Und bisher hat mir das sehr gut gefallen. Und jetzt kommen wir natürlich zu Zauernfeind-Karten, die den Gegner auffallen. Da haben wir unter anderem einmal Buch des Mondes. Ja, ein Buch des Mondes. Warum nur eins? Naja, wir wollen noch 40 Karten bleiben. Dementsprechend habe ich nur eins. Ich würde mehr spielen, hätte ich. Unter 40 Karten. Geht aber nicht. Denn wir müssen natürlich die Powertraps noch spielen. Und zwar Powertraps sind zum Beispiel Dimensionsgefängnis. Das ist eine super starke Karte. Natürlich rein. Ebenfalls, was ich sehr stark finde, ist bodenlose Fallgrube. Das ist natürlich sehr bodenlose Karte zu aktivieren. Aber ist eine gute Karte. So, dann machen wir weiter mit den Power-Karten. Und zwar, da haben wir Schwersturm, Gehirnkontrolle, Mystischer Raumtaifun. Das sind erstmal die Power Spells. Das sind die Powertraps. Und zwar Traptust. Ja, Leute. Eine sehr teure Kartenkarte. Aber super stark natürlich. Und gerade als One-Off natürlich sehr, sehr gut. Dann Reißner-Tribut. Super strong. Und drüben, feierliches Urteil. Ja, wenn wir eh im Vorteil sind, können wir aufhalten. Wir können Monarche aufhalten. Die Gegner geht minus 1 technisch gesehen. Von daher, ziemlich gute Karte. Dann natürlich Mirror-Frost. Und ja, Leute. Diese Karte ist sehr, sehr stark. Und etwas, was sich durchgesetzt hat inzwischen in Addison, ist, dass man einmal Unterdrückungsherrschaft Main spielt. Ja, die Karte ist erlaubt, Leute. Die Karte ist ziemlich stark. Die Karte ist auf 3. Wir können sie auch 3-mal Main spielen. Aber mehrfach bricht sie dann doch. Und wir wollen sie auch gar nicht immer aktivieren. Und manchmal keepen wir die sehr, sehr, sehr lange, bis wir sie aktivieren können. Damit es halt ein sinnvoller Zeitpunkt ist. Weil der Gegner kann auch den Effekt nutzen. Von daher müssen wir da eben aufpassen. Von daher denke ich, eine ist dann eine gute Wahl. Die dann eben gut harmoniert. Dann kommen wir hier zum Extra-Dack. Und da kommen wir eben zu dem, was ich meinte. Wir spielen Cyber-Drachen. Schemea-Darbe-Fechstungs-Drachen. Es gibt Maschinenwesen in der Meta. Bedeutet also, wenn wir Cyber-Drachen haben, plus sie, kommt das Feld gekleert. Super, super strong. Von daher haben wir drin. Und wir haben tierische Extra-Dack relativ Slots frei. Weil man einfach sagen muss, dass wir ja nur, in Anführungszeichen, die Blackwing-Karten haben mit Vayu. Und eben natürlich Gale. Versteht sich. Aber sonst nur solchen verbreitender Zombie. Und jetzt erstmal, natürlich, wir brauchen einiges. Und wir fangen da erstmal an. Ich habe es gar nicht danach sortiert. Aber wir fangen an mit 4. Ja, 4 kommt natürlich nicht so oft auf. Raikou plus eben solcher verbreitender Zombie. Kann aber relevant sein. Von dem Effekt, der in deinem Burn macht. Ist natürlich sehr, sehr wichtig manchmal. Dann Level 5 ist auch eine sehr gute Karte. Weil sie eben sehr viel Auden kann. Von daher sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir natürlich bei 6 haben wir natürlich Brionac. Ohne Eratum. Was sehr, sehr gut ist. Die hier ist, glaube ich, mit Eratum. Ähm. 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 Können wir haben wir das? Ähm. Weiß ich gerade gar nicht. Haha. Ähm. Ich glaube, das ist... Du kannst den... Ah, Braschub verwenden. Ne. Das ist sogar schon Eratum. Ja, aber super gute Karte halt eben. Leute, wichtig. Wie gesagt, die Karten werden hier nicht mit Eratum gespielt. Dann ein weiterer 6er. Falls man einfach einen haben muss. Und nicht für Brionac gehen will. Und nicht für Goryo Wächter. Denn Goryo Wächter ist natürlich mit die stärkste Karte überhaupt. Also extra deck. Sie kann Sternenshot auch übernehmen. Was sehr strong ist. Sie übernimmt allgemein die Monster. Ähm. Earth Tuner. Das ist mit Eratum. Sie kann einfach so beschworen werden. Also super gut. Das heißt, hier haben wir das Ganze eben drin. Das eben jetzt hier. Dann kommen wir zu den höherstufigen. Denn wir haben da einiges. Ah. Zunächst einmal. Das darf nicht fehlen. Bei Black and Black. Ja, ich traue mich nicht, meine Ghost Rare zu spielen. Deswegen spiele ich meine Ultimate Rare. Wer kann, der kann. Ist sehr gut. Manchmal wünsche ich mir sogar 2. Dann kommen wir zu 8. Und da haben wir einiges. Wir haben einmal Gedanken. Erzunterweiler. Lebenspunkte. Das ist sehr, sehr nice. Dann haben wir einmal Dark End Drachen. Hilft sie als Feld zu clearn. Dann haben wir einmal Kolossaler Kämpfer. Kann sehr gut kommen im Grind Game. Und natürlich, um Spiegelkraft und Ähnliches zu beschützen, Sternstaubdrache. Und ja, Leute. Ich habe keinen anderen gefunden, damit ich diesen Artwork nicht zu Hause hatte. Von daher das. So, und falls denen aufmerksam aufgefallen ist, wir haben noch gar keine Blackwing-Karten. Dementsprechend natürlich zweimal Waffenmeister und zweimal Rüstungsmeister. Also, wir haben hier beides drin, natürlich. Ja, ist ja klar, ne? Wir haben Blackwing-Karten und können die natürlich auch rufen. Was natürlich sehr strong ist, dass wir natürlich dann eben bei Yu, wo ist er denn, von Friede verbannen können und halt sofort in den gehen können. Und theoretisch dann, falls wir noch einen haben und sie in Grave können, auch in den gehen. Super gut, super stark. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das ist natürlich ein Beatstick for free mehr. Ja, so. Und das war jetzt hier Main und extra Deck. Und ja, Leute. Natürlich habe ich auch ein Side-Deck. Und da muss ich sagen, da bin ich noch ein bisschen unzufrieden. Ich habe noch nicht so viel getestet mit dem Deck. Daher kann ich jetzt nicht sagen, ob das perfekte Side-Deck ist. Aber ich würde es einfach mal zeigen. Wir haben einmal dreimal Pachio. Du kannst auch natürlich Einbildungsunterwelt erspielen. Aber Pachio ist besser, weil man sie normen kann. Der Auflip-Effekt ist gar nicht mal so bad, wie man denkt. Und ja, ist natürlich, wenn wir first gehen, absolute Anti-Karte. Komplett broken. Ja, ist komplett krank einfach. Dann haben wir Dedicrier. Dedicrier natürlich viele Decks. Arbeiten mit dem Friedhof. Mir gefällt Dedicrier daher sehr, sehr gut. Auch für das Mirror-Match ist das etwas, was man halt gut nutzen kann. Soll ich mir bräuchte noch Zombie-Effekt. This card ist super strong auf jeden Fall. Dann Zauber- und Fallenkarten-Removal. Ich finde, man braucht noch mehr Zauber- und Fallenkarten-Removal. Wir haben ein schwerer Sturm wie Mystischer-Ram-Typhoon. Aber das reicht nicht. Es gibt viele Decks, die auch sehr viele Backgrows setzen. Und ich finde, das sollte man mehr haben. Dreimal Sternen, äh Sternstaub, genau. Staub-Tornado. Dann hier Deck-Verwüstungs-Virus. Und das hat einen sehr hohen Sinn. Weil viele Decks einfach auch mit Monstern spielen, die 2000, äh, die eben, warte, das war, genau, 1500 oder weniger. Und das sind einige Monster, äh, gerade in diesem Format, äh, je nach Matchup, versteht sich. Ist super leicht rufbar, weil wir einfach eben unser Schwarzfühle klopfern können. Können wir das Ganze machen. Aber wir können auch theoretisch natürlich Kajos oder ähnliches. Wir können auch Synchro-Monster nehmen. Also die Karte ist vielseitig einsetzbar. Gibt auch Knowledge über die Hand, übers Feld. Super strong. Ähm, kann man drüber streiten, ob man sie unbedingt brauchen, Matchups. Man kann vielleicht auch andere Karten nehmen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das hier zu spielen. Und dann kommen wir jetzt, äh, wir sind ja schon bei, äh, genau, äh, 3, 6, 9, 12 Karten. Jetzt haben wir noch 3 Slots frei. Und da muss ich zugeben, struggle ich ein bisschen. Zunächst einmal kannte ihre Strahze zum Sternenlicht reinpacken. Das geht, äh, ist natürlich nice. Krillmann steht schon mal für free. Aber ich finde es zu situativ und brauchen wir eigentlich zu selten. Dann eine Karte, die man dreimal reinpacken können, ist, ja. Bodo in den Füßen wegziehen. Sehr schön hier in OP23, muss ich sagen. Ähm, weiß ich aber nicht. Ist so situativ meist. Was ich dann gar nicht mal so schlecht finde, gerade mit dem, äh, Pachio. Hier eben am Anfang, ähm, mit dem Pachio Sau. Dass man dann noch zusätzlich dreimal zusätzungsregierungsrein packt. Weil man eben damit sehr viel outen kann. Und vor allem die sehr starken Synchro-Monster eben aus dem Spiel nehmen kann. Ja, also letzten 3 Slots bin ich noch sehr am strugglen. Aber ich würde sagen, generell bin ich sehr zufrieden. Wie sagt ihr die Crow, der Pachio. So, und dann wollen wir es mal hier nochmal schön aufstellen. Dass man hier nochmal, hier alles hat. Und natürlich hier oben muss der Dark Arm Dragon sein. Sonst geht das gar nicht. So, dann haben wir hier alle nochmal in fuller Pracht. Und ja, Leute, hier seht ihr es nochmal. Das ist eben mein Deck. Äh, ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß es macht, äh, das Ganze zu spielen. Ich wollte es einfach mal vorstellen. Und ja, Leute, es klingt verrückt. Aber ja, ich habe ein Deck geholt eben mit verbotenen Karten. Denn die Karten sind heutzutage natürlich nicht mehr legal. Also, nicht alle. Ein paar natürlich sind davon sogar schon höher wieder erlaubt als eben damals. Aber insgesamt sind hier natürlich verbotene Karten drin. Und das ist nicht problematisch, weil die eben nicht reprintet werden. Ah, müsst ihr halt in den Sau einen Apfel beißen. Aber, wie gesagt, ich hab's ja gesagt. Das Ganze ist einmalig. Bedeutet, ihr müsst einmal eben dieses Deck kaufen. Dann ist es komplett. Deswegen auch viele Leute, die diese Decks besitzen in High Rare. Bedeutet also, hier ist alles Ghost, Ulti. Hast du nicht gesehen. In der höchsten Rarität, das seltenste Pack, geht alles unglaublich viel. Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es einfach, dass ich es habe, erst mal gemacht. Reality Upgrades kommen dann vielleicht in Zukunft. Aber das ist eben, wie gesagt, mein Deck. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was haltet ihr von dem Ganzen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr auch vielleicht so ein Deck zu Hause liegen habt oder nicht. Wie gesagt, schaut doch mal in die Kommentare. Und ich werde sagen, Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch damit dann einen wunderschönen Tag. Und natürlich, wie immer, viel Spaß beim Duellieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.